Was geht Freunde? Mein Name ist Arman61. Ich hoffe es geht euch gut und ich möchte mich in diesem Video zu der jetzigen Situation äußern, da ich sehr sehr viele Nachrichten bekomme. Schlechte und auch gute. Es hat angefangen mit Nice or Scheiß. Wir haben meine erste Single aber für was reingeschickt und haben auf dem Format rasiert wie kein anderer. Danach haben wir uns entschieden mit der Keller GmbH zusammenzuarbeiten, was leider nicht so geklappt hat wie erhofft. Es haben sich Differenzen aufgestellt von beiden Parteien. Man wurde sich uneinig. Aber weiterhin sind die anderen Gründe. Wir müssen gar nicht detailliert drauf eingehen. Das ist scheißegal. Und zu den ganzen Idioten, die meinen mich auf Instagram zu beleidigen. Was ihr mir sagt, gebt mir am Arsch vorbei. Ihr könnt mich beleidigen wie ihr wollt. Verschwendet eure Zeit. Es interessiert mich nicht. Meine Tür steht euch offen. Wenn ihr meinen Werdegang nicht respektiert, verpisst euch. Wir brauchen euch nicht. Wallah. Und an die Leute, die uns weiterhin supporten. An meine Community, die nicht nur wegen der Keller GmbH bei mir war. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wir werden weiterhin alles reißen. Die beste Qualität von Arman 6.1 wird kommen. Das verspreche ich euch. Und wie gesagt, es ist alles cool. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Deswegen verstehe ich euer Problem gar nicht. Diese Geldfilme. Man ist wegen Geld gegangen. Geld war nie im Spiel. Geld ist eins der letzten Sachen, woran wir denken. Natürlich will man von seinem Hobby leben. Aber an erster Stelle geht es mir darum, euch mit meiner Musik zu unterhalten. Euch zu inspirieren. Und für meinen eigenen Hack. Ich habe Familie. Ich habe eine Mutter. Man hat Ziele. Man verfolgt eine Vision. Und das ist alles. Wie gesagt, an die ganzen Idioten, die meinen mich zu beleidigen, geht. Wir brauchen euch nicht. Und ich bedanke mich nochmal bei der Keller GmbH für deren Unterstützung, für die Promo, die ich bekommen habe. Es ist alles cool. Ich wünsche euch was. Haut rein.